hey zusammen schön dass ihr wieder dabei seid heute wollte ich mal an dem quad camper weiter bauen ich wollte jetzt das ganze zum wohnmobil umbauen hier vorne habe ich jetzt schon mal türen bzw den rahmen für die türen das ganze werde ich hier mit diesen clips versehen und dann quasi in den rahmen reinstecken oben links schräg rechts unten und dann werde ich noch mal ein rahmen da rein setzen wo die fräsung drin ist für den tür anschlag und so weiter also da bin ich gerade dabei hier das ganze schon mal vorzubereiten da die seite nach oben kommt werde ich diese kanten hier mit dem abgrund fräser rund machen unten die die können so bleiben da ich dann quasi sowas oder so und dann mit schrauben hier rein schraube denn das kriege ich so nicht rein geklipst also im gesamten deswegen machen wir stück für stück ich bin gerade dabei links und rechts zu machen und danach kann ich das innenleben machen ich brauche das genaue maß dafür es hat sich wieder einiges getan ich werde jetzt mal diese siebdruckplatte montieren und meine alte ladefläche abbauen dann habe ich einmal die seitenwände mit bootslack behandelt hier oben den boden in schwarz und gleich werde ich hier noch silikon ziehen rundherum mit das wunderschön aussieht auf jeden fall werde ich jetzt erstmal die platte montieren die habe ich wie gesagt leider zu breit geschnitten deswegen werde ich sehr wahrscheinlich mit der stichsäge hier irgendwie was ausschneiden mit der radlauf dementsprechend passt weil jetzt könnte das schleifen müssen wir gleich mal schauen so ladefläche abgebaut also ich hätte nicht gedacht dass die so schwer ist ich habe hier einmal so zwei vier mal vier stahlrohre ich bin mal gespannt was jetzt eins wiegt ich werde jetzt extra mal die waage kurz hinten raus holen so ihr seid leicht dabei also ich glaube drei kilo mindestens pro stange 1,5 kilo 1,5 plus noch eine 3 kilo stahlschrott wie wir sehen das ganze rostet auch hier wieder also voll überflüssig wenn ich das aus holz baue ist es leichter und langlebiger also kommt der müll auf jeden fall weg wieder drei kilo gespart und gleich werden wir mal die komplette pritsche hinten wiegen das ist zwar kein stahl aber alu 11,1 kilo war da gerade 11,1 kilo plus die drei das heißt 14 kilo diese platte wiegt nur viereinhalb kilo das heißt zehn kilo wieder auf einmal gespart und die platte wird sogar leichter ich werde jetzt mal kurz die platte wiegen 4,1 kilo das ist ja gar nichts also einfach mal 10 kilo gespart einfach so und das sieht sogar viel besser aus denn ich werde die platte auch jetzt tiefer legen und der gesamte schwerpunkt ist auch nochmal vier bis fünf zentimeter tiefer also was will man mehr da ist so viel stahlschrott verbaut das glaubt ihr nicht ich werde zum schluss mal alles zusammenlegen und dann werden wir alles wiegen was wir nicht brauchen total überflüssig kurze planänderung ich habe das jetzt hier nochmal weggeschnitten quasi das da ich jetzt drei vier zentimeter tiefer komme dann habe ich so auf jeden fall genügend luft also sollte eigentlich nichts passieren eventuell mache ich die platte nochmal neu müssen wir aber schauen ich werde erstmal die montieren so jetzt werde ich eben silikon ziehen so jetzt so 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 Okay. Das war's. Das war's. Wie findet ihr das? Also das sieht schon viel viel besser aus. Ist zwar leider dick, aber so ist es auf jeden Fall dicht. Müssen wir schauen. Das ist alles halt ein Probestück. Ich werde jetzt da die Wand irgendwie hervorziehen und dann werde ich auch das silikonieren. Also ich muss sagen, das ist eigentlich unnötig viel Arbeit, was ich mir hier mache für so einen Prototypen. Aber vielleicht hält der ja genauso lange wie mein Fahrradwohnwagen aus Pappe. Der hat ja auch gefühlt über ein Jahr gehalten. Und wenn das auch ein Jahr durchhält für diesen Preis, ist das schon vollkommen okay. Auf jeden Fall werde ich das jetzt mal machen und dann schauen wir mal, was wir weitermachen. Hier unten habe ich auf jeden Fall schon mal das erweitert. Da ich keine USB-Platt mehr habe und auch keine kaufen wollte, habe ich jetzt einfach Reste wiederverwendet, damit ich den Boden zu habe. Dann Schrauben reingeschraubt, damit ich das Ganze halt auf der Ladefläche fixieren kann. Problem ist, ich muss das so reinschieben und dann kann ich quasi erst die Schrauben runterdrücken. Das ist nicht so wie bei meinem Anhänger, den ich einfach drauf schiebe und dann einrastet. Das wäre natürlich schöner gewesen. Allerdings bekommt man das dann nicht so gut dicht, so wie ich mir das vorstelle. Also auch wenn das ein Stecksystem ist, was man zusammensteckt, wird das definitiv nicht undicht. So ist meine Vermutung. Also ich meine zu 100% dass da kein Wasser reinläuft. So habe ich mir das Ganze gedacht. Mal schauen, ob der Plan aufgeht. Schaut mal, ich habe jetzt kurz hier diese Gummipuffer ausgebaut. Ich werde das jetzt durch ein starres Stück erstmal ersetzen. Schaut mal, ich habe jetzt hier so kleine Riegel bestellt. Vier Stück für 5 Euro. Das Schöne ist, die sind wunderschön klein, nur 5 cm und extrem leicht. Und die erfüllen ihren Zweck und Sinn. Den werde ich jetzt gleich auf die Rückwand schrauben, die hier steht. Ich werde vorher so einen kleinen Klotz hier drauf leimen. Und dann werde ich da drauf dementsprechend den Riegel schrauben. Schön leicht und einfach. Und die Riegel, ja, überlege ich auch noch eventuell zu verwenden für die Türen, für die vordere Kabine. So, kleine Planänderung. Das Teil werde ich jetzt doch nicht mittig machen. Denn ich habe festgestellt, die Rückwand wölbt sich so minimal. Und das in die falsche Richtung, wo ich nicht haben will. Das heißt, ich werde jetzt eine Dachlatte hier unten hin machen. Schön abrunden. Und hier kommt dann links und rechts einer hin. So kann ich das auf jeden Fall noch besser befestigen. Das in der Mitte ist mir leider zu instabil. Vor allem, ich will das dann direkt richtig machen. Also machen wir das so. Ja, man muss ständig irgendwie umplanen. Umentscheiden. Aber egal, machen wir eben. Also machen wir den Riegel schrauben. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit der Riegel halt greift. Gute Frage. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Was würdet ihr wählen? Die beiden oder den einzelnen? Diesen Rahmen werde ich jetzt 1 zu 1 nochmal machen. Das liegt alles da, das Material. Ich habe die jetzt mal beide zusammen gemacht, damit ich genau das identische Maß hinbekomme. Ich habe das gleiche. ich werde jetzt mal hier das linke teilnehmen und dann werden wir das mal gemeinsam da in den rahmen stecken das coole ist ich habe sogar jetzt herausgefunden ich brauche die teile nicht einzeln reinzuklipsen ich kann das jetzt im gesamten element einfach reinstecken und das hält so was von bombenfest und dann werde ich mir noch mal unten kurz die höhe messen weil das habe ich jetzt auf jeden fall identisch wie das gemacht und dann werde ich ein zwei querlatten unten reinlegen und dann hätte ich quasi schon meinen boden aber das zeige ich euch jetzt so ich würde sagen wir riskieren es einfach so 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 so